Willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Super Mario Maker 1 Level Per Day. Der SZ Nikolas, er hat sich jetzt hier nur Nikolas genannt, Doom Level. 0% Abschlussrate, 13 haben es probiert, keiner hat es geschafft, 39 Versuche. Entweder gefrustet aufgehört, oder aber es nicht wirklich probiert. Oder es hat noch keinen geschickt. Wer weiß. Was? Scrawling Level. Ich liebe Scrawling Level. Aber nicht in der Form. Ah, verdammt. Alter. Okay, er will es wissen. Ah, das schmerzt, das schmerzt. Ich mache mit euch eine Wette, da ist irgendwas Wichtiges in dem Block drin und ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Ich kann versuchen, was ich möchte. Das war geil. Da komme ich mal in dem Block rein, was ist drin. Ja. Kleine Sekunde zu früh. Ein paar Buches. Oh, wie ich jetzt die Abschlussrate nach oben treibe. Okay, das heißt also, ich muss an den Röhren dann auch schnell vorbei. So. Wow. Oh nein. Oh nein. Eine Trolltour am Ende des Levels. Ich habe das Ende des Levels gesehen, Leute. Ha. Wow. Hä? Okay. Was habe ich jetzt verpasst? Ah. Ah ja. Okay. Kann man machen? Hier kommt irgendwas Fieses. Hä? 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 Hier hat er jetzt mal schön den Schlüssel versteckt, ne? Aber er hat irgendwo noch einen... Er hat hier irgendwo noch einen anderen Block versteckt. Den nehmen wir mit. Da! Wär doch gelacht, wenn... Kannst du knicken, dass ich jetzt auf diese Blöcke gehe? Oh, mein erster! So, gestern dem MM-Game-Station habe ich einen Stern gegeben. War doch gestern, ne? Nee, Mr. Sharky. Ich habe dir in dem Fall einen Stern gegeben. Keine Sorge, ihr kriegt alle eure Sterne. Ja, ich bedanke mich jedenfalls bei Nikolas fürs Level. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, wie ich doch noch das herausgefunden habe und ich sage, ich bin euer Torhort Reim. Tschö, tschö! 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 Danke schön! Nee, Ziel!